Tagesdosis Angst, Essen, Freiheit auf Keivan Sufi-Sjava sturt mit seinem neuen Vortragsprogramm im deutschsprachigen Raum. Ein Kommentar von Roland Rottenfußer Angst, Essen, Seele auf ist ein Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974. Die ungewöhnliche Grammatik verweist auf den Sprachduktus eines Gastarbeiters, dessen Liebesgeschichte mit einer älteren deutschen Frau im Zentrum der Handlung steht. Um Diskriminierung einer Minderheit geht es da, und dergleichen gibt es heute auch wieder. Sicher gegenüber Menschen fremder Herkunft, aber auch gegenüber Personen, die vielleicht aus Deutschland kommen, sich aber zunehmend fremd fühlen im Land enger werdender Meinungskorridore, inszenierter Politschocks und gesteuerter Massen. Angst ist der Hebel, den Mächtiger anwenden, um uns unsere Freiheit abzuschwatzen. Angst ist auch das, was die meisten selbst dann noch gefügig hält, wenn sie glauben, das Spiel durchschaut zu haben. Angst, frei zu werden, ist insofern auch der Weg, der uns aus der Enge herausführt. Denn letztlich werden beide aufgefressen, die Freiheit und die Seele, die eng miteinander verbunden sind. In vorerst 13 angekündigten Auftritten in Deutschland und Österreich wird Keivan Sufisjavash solchen Fragen nachgehen und sein Publikum wie gewohnt auf informative Weise aufwiegeln. Sophisticated ist ein Wort, das ungefähr verfeinert, anspruchsvoll bedeutet. Der Name des Bereichs Sophisticated nimmt natürlich auf den Namen Keivan Sufisjavash Bezug. Seinen früheren Künstlernamen kennen sicher auch noch viele. Und von einem anspruchsvollen Programm mit fein abgeschliffener Rhetorik, jedoch auch kraftvollen Angriffen auf das herrschende System, können wir ausgehen. Sie werden mit dem Florett geführt werden, nicht mit der Keule. Keivan selbst sagt über sein Programm, Zitat, Zitat Ende Drei Stunden, da passen im Falle von Keivan viele Wörter hinein, aber er verspricht eine Pause. Und dass es langweilig wird, kann man sicher ausschließen. In seinem neuen Teaser zur Tour kommt Keivan den Zuschauern ganz nahe, wie um ihnen verschwörerisch etwas zuzuraunen, was nicht jeder wissen darf. Zitat Zitat Ende Hierfür ist der Redner bestens geeignet, Wer ihn einmal näher kennenlernen will, für den ist die geplante Vortragsreise sicher gut geeignet. Termine und Trailer sind im Schriftartikel verlinkt. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolloot am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolloot.net slash unterstützen. Apolloot ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolloot Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolloot.net slash newsletter. Natürlich gibt es Apolloot auch als App. Einfach auf apolloot.net slash app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolloot. Das denke ich auch. Das denke ich auch.